Herzlich Willkommen beim Videocast der himmlischen IT mit Kerstin und Carsten Raffal. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Wir starten beim Anmeldebildschirm für Office 365. Wenn ich mich anmelde, ich bin Administrator von unserem Microsoft Online Services, dann habe ich hier oben auch immer den Link Administrator und starte meistens auch mit dieser Seite. Worum wir uns heute kümmern wollen, ist die sogenannte Team-Webseite. Das heißt, diese Team-Webseite, wenn ich jetzt nicht Administrator wäre, dann würde ich die Startseite Outlook und Team-Webseite sehen. Und diese Team-Webseite, die muss erstmal hinterlegt werden. Wenn ich mich anmelde zu den Online Services, dann bekommt der primäre Administrator, also derjenige, der das Abonnement abschließt oder das Beta-Test abschließt, der wird als Administrator für diese Team-Webseite hinterlegt. Der entscheidet dann auch, was mit dieser Team-Webseite passiert und wer zu dieser Team-Webseite Zugang erhält. Was ich jetzt nur wichtig finde, ist, wenn Sie Benutzer haben, denen Sie keinen Zugang zu dieser Team-Webseite geben, die können auch sehen, dieses Icon sehen, diesen Begriff. Und wenn Sie da drauf gehen, dann kommt diese Fehlermeldung. Sie sind nicht berechtigt, diese Seite anzuschauen. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen einen Umdenkungsprozess, was dieses Online-Services betrifft. Diese Team-Webseite sollten Sie alle, allen Ihren Benutzern zur Verfügung stellen, damit einfach hinter diesem Begriff, was hinterlegt ist und auch keine Fragen auftauchen. Und Sie sollten diese erste Sharepoint-Seite für Ihr Unternehmen so verwenden, dass dort die Informationen fürs Unternehmen hinterlegt sind. Und dann von dieser Team-Webseite startend, entweder über Unter-Webseiten oder neue Webseiten-Sammlungen, können Sie dann Ihren Mitarbeitern gezielt nochmal in Bereiche, in Arbeitsgruppen, in Aufgabengebieten oder Projekten, je nachdem, wie sie strukturiert sind, dann eben nochmal einem ausgewählten Benutzerkreis bestimmte Informationen zur Verfügung stellen. Also ganz wichtig, diese Team-Webseite, so würde ich es empfinden, wenn da nichts hinterlegt ist, also wenn ein Benutzer da keinen Zugriff drauf hat, dann ist das einfach eine unschöne Geschichte, weil er sieht das, dass er es eine Team-Webseite gibt und hat dann einfach nur keinen Zugriff. Wir schauen uns das Ganze jetzt aus zwei Blickwinkeln an, und zwar einmal aus dem Blickwinkel von Sharepoint. Also ich bin die Team-Webseite, ich schaue mir die Team-Webseite an als Administrator, gestalte sie dann, wobei wir die Gestaltung heute uns noch nicht vornehmen. Und der andere Part ist, ich bin Administrator für die Online-Services und verwalte Sharepoint. Das sind zwei, tatsächlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wir schauen es uns jetzt einfach mal an. Ich starte als Administrator hier unten Sharepoint Online das Verwalten. Und wir wechseln jetzt in die Sharepoint-Seite. Das ist auch sichtbar in der Adresse. Ich ziehe mal mein Fenster ein wenig herunter. Sie sehen hier oben jetzt Sharepoint.com. Und wenn ich nochmal zurückgehe auf meine Administratoren-Seite, dann sehen Sie hier vorne Microsoft Online.com. Das heißt, Sie bewegen sich im Sharepoint auch jetzt in einem anderen Bereich. Wenn ich jetzt in die Webseitensammlung Verwalten hineingehe, dann habe ich hier jetzt einen Überblick als Administrator über alle Webseitensammlungen, die bei uns existieren. Ich kriege hier verschiedene Informationen zur Verfügung gestellt. Also wenn ich jetzt einfach mal hier auf himmlische IT-Sharepoint draufgehe, dann ist neben dem Titel der Seite und der Webseitenadresse auch der primäre Administrator angegeben, die zweiten Administratoren. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, es gibt einmal den primären Administrator, der diese Webseite anlegt, dem die gehört. Das können auch nur Administratoren von Microsoft, von den Microsoft Online Services. Und ich kann eben sagen, noch anderen Benutzern diese Administrationsrechte für diese Seite, ja, ein, also geben, kann ich die Rechte geben. Gut, das sind die Eigenschaften. Sie sehen hinter dieser Seite auch ein sogenanntes kleines Häuschen. Das heißt, hier wird es auch erklärt, diese Webseitensammlung ist als Standard-Webseite für alle Benutzer festgelegt. Für alle Benutzer festgelegt bedeutet jetzt, es ist praktisch hier oben für diese Team-Webseite hinterlegt. Ich gehe mal auf diese Team-Webseite drauf, ziehe sie runter und Sie sehen hier diese Webseitenadresse. Was es aber jetzt nicht heißt, wenn ich diese Seite hier angegeben habe als Home-Adresse und ich habe einem Benutzer in meinem Unternehmen nicht das Recht erteilt, dass er als Benutzer auf diese Seite draufgehen kann, dann ist die auch noch nicht für ihn verfügbar, sondern es kommt, wie vorhin erwähnt, zu dieser Fehlermeldung, dass er keine Berechtigung hat, auf diese Team-Webseite zuzugreifen. Also bitte das nicht durcheinander bringen. Wenn Sie jetzt noch mehr verwalten möchten, dann müssen Sie diese Seite hier anhaken, anwählen und jetzt bekomme ich hier eben noch weitere Möglichkeiten, was ich machen kann. Einen Punkt möchte ich herausgreifen davon, und zwar diese Administratoren, diese Besitzer. Das heißt, wenn ich hier aufrufe, kann ich zu dieser Webseite eben auch einen Administrator, zusätzliche Administratoren hinzufügen. Das habe ich schon gemacht, dass ich eben Kerstin Rachfall und den Nils Kappen hinzugefügt habe. Ich lösche dir mal den Nils Kappen, damit Sie das mal sehen. Dann sage ich, wenn ich jetzt auf Besitzer gehe, Administratoren verwalte, dann würde der Herr Kappen jetzt hier fehlen. Den möchte ich jetzt wieder hinzufügen. Ich gehe einfach auf mein Adressbuch. Ich sehe, ich sehe, es ist mir gerade hier rausgerutscht aus meinem Bildschirm. Ich gebe dann jetzt hier den Nils Kappen an. Ich mache das immer mit der genauen Adresse, weil wir halt hier viel rumspielen und auch verschiedene Benutzer im Zugriff haben. Ich sage da, muss wieder ein bisschen hochschieben, sage hier hinzufügen, sage, okay, sehen Sie noch gerade so hier am Ende. Und dann ist der Handys Kappen wieder hinzugefügt. Was ist der Unterschied zwischen diesen Administratoren und einem Supportpartner hinzufügen? Diese Geschichte ist etwas, wo ich einem Partnerunternehmen, also nicht einem, der bei mir im Unternehmen sitzt, sondern ich kann einem externen Partner die Berechtigung geben, dass er auf diese Webseitensammlung zugreifen kann und mir da zum Beispiel Vorlagen reinspielt oder intelligente Tools reinmacht in dieses SharePoint. Und der Vorteil ist halt, dass dieser Supportpartner hat, dass man dafür keine Lizenz braucht und dass man ihn auch jederzeit wieder hinauswerfen kann. Auf mehr Dinge möchte ich in dem Fall jetzt gar nicht eingehen, weil das sind technische Videos, die dann der Herr Kappen machen wird. Das war es also von der Seite. Das ist die Administration. Und wir wechseln wieder auf die Team-Webseite. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir hier schon, weil wir sehr viel mit diesem Beta auch gearbeitet haben, ob das wirklich die ursprüngliche Team-Webseite ist. Es kann auch sein, dass ich hier schon am Anfang ein Template auswählen musste. Ich glaube aber, das war diese Startseite, ohne dass ich sie jetzt verändert habe. Und jetzt kann ich hier über Webseiten-Aktionen eben diese Seite bearbeiten. Ich gehe einfach mal kurz nur drauf, damit Sie sehen, wie sich das verändert. Ich bin jetzt in dieser typischen SharePoint 2010 Bearbeitungsansicht, kann hier Webparts hinzufügen, kann Webparts löschen und kann anfangen, eben diese Seite zu bearbeiten. Sie können also über diese Webseiten-Aktionen verschiedene Dinge machen. Sie können diese Webseite für andere Benutzer freigeben. Sie können Einstellungen für diese Webseite, wir gehen da noch mal hinein, können Sie hier jetzt vornehmen. Also auch hier ist die Zentrale im Prinzip von dieser gesamten Team-Webseite. Einstellungen, vom Aussehen, von den Aktionen, von den Verwaltungen, von den Galerien, die Sie einfügen können, die wir uns nach und nach anschauen. Und das, was Sie eben auch können, ist, Sie können diese Seite dann in den SharePoint Designer bearbeiten. Dafür müssen Sie den SharePoint Designer auf Ihrem PC dann heruntergeladen haben. Und dann können Sie die Seite damit beöffnen und dann auch eben entsprechend bearbeiten. Das soll es erstmal für heute gewesen sein, dass Sie einfach dieses Grundprinzip von der Team-Webseite sehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Wie gesagt, diese Team-Webseite ist die erste Einstiegsseite in die SharePoint-Welt hinein. Ich finde es eben am besten, wenn man allen Benutzern diese Team-Webseite zugänglich macht. Und aus dieser Team-Webseite, vielleicht anders als es im Moment von dem Template her dargestellt ist, würde ich erstmal als zentrales Auffangbecken sehen für alle meine Benutzer, dass Sie dort die wichtigsten Informationen rund um das Unternehmen, rund auch vielleicht um die weitere Welt der SharePoint-Seiten, dass Sie dort alles als Einstiegsseite sozusagen finden. Ich freue mich, wenn Sie auch unsere nächsten Videos sich anschauen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß bei Ihrer Arbeit mit Office 365. Sie sahen einen Videocast der Rachfall IT Solutions, Ihren Partner für Informationstechnologie im Mittelstand.